Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hero. Ich bin noch bei Dena und es sind jetzt gerade mal 10 vor 10. 21.52, ja voll krass. Ja, gar nicht so spät. Eigentlich stehst du auch in dieser Überzahl, ne? Ja, aber ich bin so todmüde einfach, weil ich bin schon über 30 Stunden wach, weil ich hab gestern die Nacht durchgemacht. Ich schieb dir mal alles hier so ein bisschen rüber. Okay, das ist aber nett. Ja, letzte Folge ging ja einiges heiß her und ich hab mir gedacht, diese Folge werden wir einfach mal ein bisschen beim Haus weiterbauen. Ich hätte ja hier das Gerüst gemacht, das ist nur ein Gerüst. Was ist denn jetzt in der Folge passiert? Das verstehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, was in der letzten Folge passiert ist. Nein, alles in meinem Kopf tut immer noch weh von irgendwas, ich weiß nicht mehr was, aber ich hab alles vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, was passiert ist. Ich hab's einfach vergessen. Ist das Bambus eigentlich die Treppe? Welche Treppe? Ja, da. Nein, das ist Birke. Aber soll das Bambus darstellen? Könnte man ja so meinen. Könnte man meinen. Es gibt ja keinen Bambus in Hero. Nee, aber das ist aber nur schöne Treppe. Lass mal mich mit meiner Sachen zurück, du Faggot. Hä, wieso? Was hab ich gemacht? Wieso gehst du in mein Haus? Ja. Nein. Nein. Ha, wusste ich's doch. Äh, was? Zeig mal, zeig mal, was du verspannend verzaubert hast da. Alter, wieso hast du so viel da drauf? Wie teuer ist denn das, sowas zu machen? 80 Euro. Nein, sag mal wirklich. Das ist von mir. Du hast ja noch mehr von mir genommen. Ne, hab ich überhaupt nicht. Hab ich nicht. Das zum Beispiel. Was denn? Was ist das? Das ist von, ähm... Ja, das hab ich, ist aber von mir... Nein, das ist von die Bieter. Wehe, du hast mir was genommen. Ich zeig dir was geiles, okay? Das Schwert hier, mit dem kann ich mich teleportieren. Zeig. Dann muss ich einen Gegner haben. Am besten wäre es natürlich, wenn... Aber hast du das selbst verzaubert oder hast du es so gefunden, so verzaubert? Nein, das hab ich selbst verzaubert. Aber wie viel hast du denn dafür gebraucht, bitte, um das so zu verzaubern? Es sind noch 10.000 Level. Ja. Nein, so viel ist es gar nicht. Warte mal. Hast du immer so einzeln verzaubert und dann hast du wieder gefahrt, dann wieder verzaubert, ja? Ja, ja, ja. Ich such grad noch ein... Weißt du mal kurz? Ich such halt... Ich muss mein Schwert nämlich auch noch mal verzaubern. Ich such grad einen Gegner, dann zeig ich dir was cooles, okay? Okay. Das geht am besten mit anderen Spielern auf Servern, dann kann man die richtig erschrecken. Aber... Wieso erschrecken? Woher merken die... Ich zeig dir was geiles. Es ist Tag, das braucht nicht so viel. Ja, aber Schafe. Oder so. Boah, Schafe! Oder Pferde! Ja, das stimmt. Shit, ich hätte nie in die Verbedingungen mit reinnehmen sollen, dass du nichts mehr machen darfst, denn nur, weißt du? Dass man das so... Dass irgendwie Pferde trotzdem irgendwie getötet werden müssen. Nee. Hättest du nicht gemacht? Nee, Pferde sind unsere Freunde. Nein, sag sowas nicht, Simon. Mann, jetzt finde ich hier kein Tier. Ich wollte dir eigentlich nur was demonstrieren. Alter, wie alle Tiere ausgerottet worden sind. Ja, ich... Ja, ja, Entschuldigung. Suchst du die ganze Folge einfach nur nach einem Tier? Nee, ich suche einfach nur nach einem Tier, um dir was zu zeigen. Ja, aber gleich ist auch eine Nacht, dann müsst ihr eigentlich was spawnen. Wobei auf dem Hero Store auch irgendwie manchmal nichts spawnt. Warum wurde das Server irgendwann mal neu gestartet? Weil dann waren plötzlich wieder welche in der Stadt, ne? Ich weiß nicht ganz genau. Okay. Manchmal, wenn Sachen passieren, also so Abstürze, Leute... Das ist toll, wenn ich heute so ein bisschen leise rede oder so. Ich bin einfach extremst müde. Wie lange hast du nicht mehr geschlafen? Da ist ein Chicken. Nehmen wir einfach das. Stell dir vor, das bist du. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird zu klein. Ich kann mich jetzt für den Chicken-Teen teleportieren. Ach, wenn ich nicht dein Nebensziel... Jetzt. Zack, bin ich beim Chicken und wenn ich jetzt rück... Rechtsdeck, bin ich jetzt zurück. Hä? Mit was für einer Verzauberung geht das? Zack. Ja, ist das ein Chicken... Ist das ein Ender-Giant-Sword-Special-Ding, oder...? Nee, das ist Ender-Medaillon auf dem Schwert. Damit kann man sich teleportieren. Ach, krass. Ich habe so einen Ender-Medaillon, glaube ich, auch. Findet man das nur in Dungeons, oder craftet man das? Kann man es craften, aber ganz billig. Okay. Guck, wenn ich das angreife, kann ich auch wieder zurückgehen. Voll gut. Wenn ich ein Spiel habe, du gehst dran, zack, bam, bam, gehst wieder weg. Und dann geh ich wieder zurück. Das ist natürlich echt nice. Das ist sogar gestorben. Was heißt das? Das war ja auch ein Chicken, muss man natürlich sagen. Jetzt guck mal hier. Ich kann jetzt da rangehen, das töten und dann wieder zurückgehen. Und das machst du einfach nur mit Rechtsklick? Ja. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ja. Okay. Auf jeden Fall war ziemlich fail. Ja. Ist es noch am Leben. Und wann teleportiert man sich wieder zurück? Wenn man nochmal Rechtsklick drückt. Du musst dich nicht zurück teleportieren. Das ist so. Kannst du mal. Aber sobald man nochmal Rechtsklick macht, teleportiert man sich zurück. Ja, aber wenn du es zu lange wartest, dann nicht. Okay. Also du musst dich nicht zurück. Wie lange? Warte. So eine Minute oder so? Nein. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden ungefähr. Okay. Dann muss man nämlich rechtzeitig haben. Und so denken, okay. Jetzt ist es zu spät. Ja, das war gerade noch so rechtzeitig. Okay. Das heißt, man kann so drei Schläge setzen so. Vielleicht vier. Aber dann muss man auch wieder zurück. Man muss ja auch gar nicht unbedingt zurück. Ja, aber das ist ja der große Vorteil. Ja. Und man kann einfach zu Gegnern gehen. Weil, weißt du, du kannst halt schlagen und dann wieder weg. Weißt du? Und wenn Gegner... Und dann teleportierst du dich nochmal hin, ohne dass du jetzt halt checkt. Und wenn Gegner sich mit dem Bogen auf Abstand halten, gehst du halt einfach ran. Und dann direkt zack, ne? Und dann gehst du jetzt zurück. Das ist natürlich echt nice. Das ist echt cool, oder? Ender-Amulett. Und wie packst du das auf schwer drauf? Mit dem... Einfach in den Croft-Tables zusammen rein. Okay. Cooles Sache. Cooles Sache. That is quite nice. Oh, ich bin so müde. Schläfst du schon? Ich bin richtig müde, ey. Okay. Mann. Ich bin irgendwie 30... Ich bin 35 Stunden wach oder so. Keine Ahnung. Ich bin richtig lange wach schon. Ich kann einfach nicht mehr, Dehner. Alles, alles dafür. Ja, warum bist du denn so früh aufgestattet? Also, wieso hast du nicht gespielt? Ich hab mir Taddle die Nacht durchgemacht. Wir haben die ganzen Endergames gespielt. Kann man übrigens in meiner gestrigen Endergames-Folge sehen. Aber wieso hast du denn die ganze Nacht gespielt? Weil Taddle die Nacht durchmachen musste. Und dann dachtest du, oh, ich bin ein guter Freund. Er hat heute den Tattoo-Termin. Und dann dachtest du, du bist ein guter Freund. Dann machst du das. Und hast aber ganz vergessen, dass du heute noch so viel vorhast. Und morgen ja auch nochmal wieder, ne? Ja, ja. Morgen hast du auch nochmal so viel vor. Ja. Warte. Und deswegen, jetzt ganz spontan übernachtest du hier. Jetzt übernachte ich hier bei Dehner. Und nimmst hier bei mir auf. Das heißt, ich schneide das auch gleich wieder alles. Dehner schneidet das hier. Wenn ich den Dehner nicht hätte, ey. Wenn ich den Dehner nicht hätte. Ja, dann kannst du dich schlafen legen. Ich schneide dann auch. Ich möchte... Wieso schmeißt es nicht weg? Jetzt brauchen wir einen Freizeitpark, das ist Minecraft. Ja, ja. Du schmeißt es einfach weg. Als ob es wertlos wäre. Also ich finde diese Werfkultur-Mentalität, finde ich... Ich helfe gleich wieder auf. Also es war kein Öko-Moment. Äh. So. In die Kiste tue ich dann... Ich muss echt mal aufräumen. Ja, das musst du. In die Kiste tue ich jetzt meinen ganzen Krempel rein. Oh nein, ist das... Ist das mein... Mächtig irgendwo auch von der Stadt Rot. Nee. Andere. Okay. Ich mache einfach alles hier rein. Also das ist nicht... Was ich nicht brauche. Redwood Planks brauche ich. Das brauche ich nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, das kann ich brauchen. Äh. Och, ich bin... Ich komme überhaupt nicht mehr auf mein Leben klein. Nee, ich merke das. Merkt man es deutlich? Ja. Echt? Ich bin nicht so drauf. Sehr müde. Ähm... Ein bisschen verplant. Mhm. Aber es könnte natürlich auch... Ich glaube auch ohne Müdigkeit wäre das so. Ach nein, jetzt habe ich das hier hingesetzt. Oh Mann. Okay, das war jetzt krass. So, okay. Ja, sorry Leute. Sorry Leute, sorry, sorry, sorry. So. Also. Mein Plan ist es hier durch die Brücke durch und dann durch den Baum durch und dann hier hoch. Das hier so, dass man hier den Berg so längst hoch gehen kann. Äh, den Baum meine ich. Genau. Bei mir fängt es jetzt langsam auch schon an. Ja, ja. Langsam, langsam. Ja, ja. Okay. Das hier ist mein Gerüst. Die Blätter. Die habe ich immer nur damit sozusagen als Vormau. Freunde, die Blätter zerstörst du nicht, dass so Tiere, die da drin leben, in den Blättern halt... Du zerstörst ja den natürlichen Lebensraum. Ja. Ist dir das bewusst oder denkst du so, nee, YOLO? YOLO. Okay. Ist natürlich krass, ne? Da läuft ein fetten Krankenwagen. Hörst du den? Ja, höre ich. Weil ich höre ich den aber nicht mehr, weil den ziehe ich um und dann höre ich das nicht mehr. Das hörst du aber die ganze Zeit mich schreien die ganze Nacht. Ja, scheiße, hab ich vergessen. Boah, das fällt echt hart zum YouTuber aus, wenn die ganze Nacht immer irgendjemand aufnimmt. Wer glaubst du zieht als erstes wieder aus? Äh, du. Echt? Nein, niemand. Weil wir uns alle lieben. Ja, aber irgendwann glaubst du? Äh, also irgendwann? Ich weiß es echt nicht. Sag mal so in fünf Jahren. Ich vielleicht? Wer weiß, ne? Das kann man schlecht abschätzen. Ich kann mal schlecht abschätzen. Ich kann mal schlecht abschätzen. Ich kann mal schlecht abschätzen oder so. Aber vielleicht bleiben wir doch einfach dann da. Auf jeden Fall wird das erstmal ziemlich nice alles. Das stimmt. Ach, willst du, dass man da jetzt wieder auf die andere Seite rüber geht oder willst du? Hier kommt nochmal eine Brücke hin, ja. Okay. Äh. Das heißt, man geht so hin und her zwischen den Bäumen, um irgendwann nach oben zu kommen. Genau, es sind alles so verschiedene Häuser im Haus. Okay. Du behandelst mich, als wäre ich echt, du behalst mich so wie ein kleines Kind gerade, weil ich irgendwie so müde bin, ne? Ne, ne. Doch, doch, du redest mit mir so wie so ein kleines Kind. So, äh, ja, ach ja, das machst du mal gut und so. Ich merke das doch, Dena. Ich merke das doch. Boah, ich bin so müde, Leute. Ich bin echt nett zu dir einfach. Okay. So. Muss natürlich alles noch viel schöner werden. Ähm. Wird alles noch viel schöner, Leute. Ich sage es euch, es wird alles noch viel schöner. Hm. Da, das ist Minecraft. Ja, haben wir es schon wieder, siehst du? Nichts mit wegwerfen hier. Ja, das wäre fast weg gewesen. Das war nur, weil du hättest du genug holst. Ich glaube, wäre das jetzt weg gewesen. Und dann hättest du die Konsequenz, hast du nicht so drüber nachgedacht. Guck mal, wenn das einfach weg wäre. Was wären die Konsequenzen denn gewesen? Dass das weg wäre. Und das wäre verschwelltes Eisen im Wert von... Huuuuh. Drei Schnee. Kann man das auch so quer bauen? Sechs Schnee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das wären fünf Eisen gewesen. Oh, das ist natürlich krass, oder? Ja. Na ja. Ich bin schon. Boah, ist plötzlich voll so die ruhige Musik, ne? Ja. So. Ich mach hier noch eine Treppe hin. Heute, lass mal über irgendwas reden, Dehnach. Okay. Lass mal über das Video von gestern reden. Das war ja ganz schön... Da ging ja ganz schön die Post ab unter den Kommentaren. Ja, das stimmt schon. Da stand ziemlich häufig... Ähm... Aber es war halt echt, ne? Es war voll echt. Wie können die Leute behaupten, es wäre gefakt? Ja. Können die Leute sowas behaupten? Es war... Es war voll echt. Huuuuh. Machst du aber gut. Da haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Da haben wir auch noch nicht gesprochen. Alles ist recht gut. Alles ist gut, solange du wild bist, ne? Ja. Aber du bist nicht mehr wild. Ich begreif's den wilden Kerl. Du hast heute dem wilden Leben abgeschworen. Also gestern. Ah ja? Hm? Warum? Sag ich nicht. Okay. So. Wie ist es da eigentlich so pink? Wo? Da? Das ist Katys Apartment. Okay. Hat sie keinen Bock, mit ihr zusammen zu wohnen, sondern möchte lieber sein eigenes haben? Das ist ihr eigenes kleines Zimmer, wenn sie mal ihre Ruhe braucht. Ah, okay. Ja, 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 ja. So. Hört man das da drin, wenn du aufnimmst? Nee. Hört man nicht. Das ist extra schön weit weg. Ich nehme ja hier auf. Aber es ist ziemlich offen, so, ne? Ja, die mag Sonnenlicht und so, die Stars. Okay. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, wie das hier hinkommen muss. Äh. Ich brauche jetzt. Jetzt brauche ich Redwood Bark und so ein Kram. Gehen wir mal da hin und holen uns das. Nö? Nö? Hm? Nö? Äh. Da sind aber nicht nur Werkzeuge drin, obwohl da Werkzeuge drin ist. Ich weiß, ich habe nicht so eine Ordnung, ne? Ja, ich auch nicht. So, Redwood, Redwood. Redwood Planks. Hm? Redwood, Redwood, Redwood. Redwood Bark. Redwood Bark. Redwood Bark. Redwood Bark. Redwood. So. Haben wir noch eine Schere hier irgendwo? Das ist ganz schön viel, Redwood. Ja. Man hat ja auch, ich habe ja auch Großes vor. Großes. Also brauchst du eine Schere, um Blätter zu sauen, oder? Blätter. Okay. Die kommen noch, äh, da dran. Bist du auch schon ganz schön müde, ne? Ja. Kleiner Schlawine. Du hast mich angesteckt. So. Aber erst mal, erst mal so. Ähm, hier, kommen halt auch Säulen hoch, die werden hier so hochgezogen, verstehst du? Dass alles so verbunden ist. Okay. Und dann kommen hier noch so Blätter dran, damit das so naturmäßig aussieht. Ich gucke mal ganz schön. Okay, aber ist ja eigentlich alles ziemlich fake da, ne? Ne, ne, ist alles echt. Hast du da nicht so moralische Bedenken irgendwie so? Das ist so gewachsen. Guck, das ist nämlich von dem Baumhaus hier so hochgewachsen. Zack. Voll gut, das gefällt mir. Aber Katys Apartment sieht ein bisschen aus wie so ein Krebsgeschwür, was da nicht so reinpasst. Doch, 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 das gehört auch schön dazu. Okay. Wir wollen hier niemanden ausgrenzen, schon gar nicht mit Krebs. Weißt du? Ja. Wir sind ja nicht bei Chairman, let's play. Äh, das passt. Er hat Krebs und Aids. Das ist traurig. Passt das hier? Ne, das passt nicht. Das ist das Redwood. Das ist Heart of the Tree. Ach, Heart of the Tree. Ne, ne. Ne, 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 ne. Burn it for charcoal, Heart of the Tree. What would bark? Äh. Ja, das ist nicht ganz einfach, ne? Ne, ist nicht. Es hat keiner behauptet, dass es einfach werden wird. Ja. Das hier passt dir zu. Ja. Ja, ja, ja. Aber das passt da. Das ist irgendwie alles so ein bisschen... Ja, da kannst du jetzt da raus springen und zack. So, jetzt habe ich hier so ein kleines Geländer, weißt du? Damit du nicht runterfällst. Ich würde es da auch noch unten noch zumachen, ne? Ja, ja. So, jetzt habe ich hier so ein kleines Geländer. Hier kann ich rausgucken. Mhm. Schöner, schöner Ausblick, so dies, das. Hier kommt noch vielleicht ein bisschen Blätter und ein bisschen Glas oder so. Man weiß ja nicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt viel so voll gewesen. Muss man sagen. Aber willst du es hier so komplett zubauen oder willst du es nicht so ungefähr lassen? Würdest du sagen? So. Oh, das ist halt so quasi, ne? Quasi sozusagen, ja. Äh, hier das? Ja? Ist ja eins weiter nach da. Ich glaube... Wie mache ich das denn, Lena? Du musst so ein bisschen nach außen gehen. Ah, hier. Ich bin so ein bisschen übermüdet. Was ist das hier zusammen? Oh Mann, lass mal bei dem Thema reden. Das ist echt super langweilig, was ich hier mache. Ich sehe es überhaupt nicht, weil die Softbox mich so krass blendet. Ich sehe das nicht. Die Softbox ist schuld. Guck mal, ist das das gleiche Häuser alles? Ähm, das ist doch... Ja. Okay. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Bin zu müde. Wo ist deine Brille? Alles okay, alles okay. So. Aber macht sich der Baum, wenn das Baum rauskommt? In welcher Folge hast du es angefangen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich will nicht schlafen. Eigentlich will ich nur schlafen, aber ich muss gleich... Noch zwei Folgen mit denen aufnehmen. Den er zwingt mich nicht, mich aufzunehmen. Den er zwingt mich. Ich bin der Vernünftige. Deine bessere Hälfte sozusagen. Den er zwingt mich aufzunehmen. Der hat gesagt, ich muss. Den er zwingt mich aufzunehmen. Ja, ansonsten müsst ihr nicht morgen aufnehmen. Dabei wollen wir morgen noch andere sinnvolle Sachen machen. Und die würden wir ja nicht schaffen. Das passt nicht zusammen. Aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Aber das ist gerade dasselbe, was auch der Stamm hat. Muss sein. Wird alles irgendwie noch verbunden so. Wird alles noch irgendwie verbunden. Aber seht ihr, was Simon für Opfer auf sich nimmt? Na, weil die 100. Folge extra heute produziert. Und dann jetzt muss heute die Folge hier bei mir aufgenommen werden. Guck, weil jetzt ist das wieder falsch. Weil wir morgen einen richtigen Termin haben. Ja, das ist, weil es sich automatisch dahin gelegt hat. Das nervt mich so. Das ist ein Redwood Bark. Mann. Redwood Bark. Die kann auch nichts dafür. Ist das richtig jetzt? Ja. Zack, 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 zack. Warum bist du so böse auf die Redwood Bark, wenn die gar nichts dafür kann? Weil die machen mich wütend. Aber warum machen die dich wütend? Die machen mich... Die verstehe ich gar nicht. Die machen mich wütend. Ich mache jetzt gleich die Folge aus. So wütend machen die mich. Aber noch nicht jetzt. Echt hart. Sofort, sofort. So. Er zeigt nämlich gerade schon, dass es nämlich langsam an der Zeit ist. Aber wir müssen hier noch... Wir müssen hier noch kurz... Aber was ist denn das da für ein Loch? Soll das so sein? Oder... Weil ich meine, wieso ist da die Querstrebe, wenn... Ja, das ist alles... Ah, okay, jetzt sehe ich, weil es halt die Treppe dann... Da geht die Treppe hoch. Genau. Und hier geht es dann hoch so. Hier geht es dann wieder weiter hoch so. Und da dann auch noch lang? Und dann... Ich würde fast sagen... Hier geht es dann hoch. Und dann geht es hier irgendwann... Das gucken wir mal weiter. Gucken wir später weiter. Das ist jetzt so total unfair. Deswegen sieht es total kacke aus. Also sieht es noch total kacke aus. Also sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber es wird noch viel besser, wenn es... Es wird noch viel, viel besser, wenn es halt... Dann auch die ganzen Blätter dran kommen, Leute. Und ja. Bitte entschuldigt, dass ich einfach total müde bin. Und einfach nichts auf die Kette kriege. Aber dafür bin ich schon ganz zufrieden. Wir haben die Treppe hochgebaut. Guck mal, jetzt können wir hier lang. Dann können wir hier... Hier haben wir die Ausgucke-Plattform. Können wir hier hoch. Zack, zack, zack. Und jetzt geht es hier wieder irgendwo hier. So. Und dann geht man hier. Und dann geht es da in den Baum rein. So, zack. Irgendwie mache ich das noch alles. Wird alles ganz geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute. Lassen die Wertung da. Dena ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Schaut mal vorbei. Und... Boah, Leute. Ich bin so müde. Tut mir leid, dass es... Echt, ihr wisst. Gut, dass... Könnt ihr euch bei Simon bedanken, dass er trotzdem immer noch für euch aufnimmt. Fällt mir leid, wenn das irgendwie... Damit ihr eine Folge habt. Heute eine langweilige Folge war. Ich bin einfach wirklich fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Lieber Jörg, es hat der Ryan. Bis zum nächsten Mal. Macht's. Ich bin so müde. Ciao. Ciao.